Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Subro von Playstation-Info.de und das sind meine Top 3 und Flop 3 2019 Games. Genau wie letztes Jahr werde ich jetzt hier wieder meine persönlichen Top 3 Games, meine persönlichen Flop 3 Games hier euch kredenzen. Bin mal gespannt, wie ihr das findet. So, es war dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen schwerer als letztes Jahr, weil letztes Jahr gab es Fallout 76, das war relativ einfach in den Flop Games reinzubringen. Dieses Jahr ist es halt ein bisschen schwieriger gewesen, weil ich ehrlich zugeben muss, so viel hat mich dieses Jahr jetzt nicht weggehauen. Es gab wirklich viel, was dieses Jahr rausgekommen ist, gar keine Frage und wir haben auch sehr viel jetzt im Team mit dem Projekt Playstation-Info für euch testen können und spielen können und wir haben da auch im Team sehr viele unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich 2019 als ein sehr höchst solides Spieljahr für mich persönlich irgendwie kredenzen kann, weil mich jetzt wirklich nicht so viel abgeholt hat und ich hatte anfangs vor, eine Fünferliste zu machen und ich bin nicht mal auf fünf Titeln gekommen und auch die Titel, die ich jetzt irgendwie hier reingepackt habe, die sind auch irgendwie ein bisschen schwierig und ich glaube, der eine oder andere wird das auch nicht so gut finden und der eine oder andere wird sagen, okay, krass, na, mal schauen. Wie gesagt, das ist meine subjektive Meinung, keine objektive Meinung von Playstation-Info, sondern meine persönliche Meinung von Sascha, Playstation-Info. So, ich habe überlegt, das Video in zwei zu teilen, das machen wir aber nicht, wir wollen das jetzt nicht hier künstlich irgendwie auf die Länge strecken. Deswegen fange ich jetzt einfach mal mit den Flop 3 Games an und wir fangen einfach mal mit Platz 3 an und ich muss auf meine Liste gucken, weil ich schon wieder vergessen habe. Das ist schwierig, es ist schwierig, es ist kein Spiel. Es ist kein Spiel, nein, es ist ein Controller und zwar habe ich Anfang des Jahres für euch einen Fake-Controller getestet. Dieser Fake-Controller kann man so zwischen, ja, ich würde sagen zwischen 20 und 30 Euro bei Ebay und diversen anderen Plattformen kaufen. Also Ebay jetzt nochmal dahingestellt, gibt es auch bei diversen anderen Plattformen, so. Was ist das Besondere an diesem Fake-Controller? Ja, er ist gefakt. So, er ist von der Qualität her wirklich schlecht, also technisch. Optisch sieht er aus wie ein neuer, es ist ja auch eingeblendet. Wirklich sehr, sehr hübsch, bis auf diese kosmetischen Problematiken, die auch eingeblendet sind. Ach mein Gott, was rede ich hier alles wieder? Er ist einfach scheiße, so. Der Controller ist einfach Mist und jeder, der sich überlegt, sich so einen Fake-Controller zu kaufen, lasst es. Finger weg, gibt lieber die 40, 50 Euro aus für einen normalen Standard-Dualshock-Controller. So, und jetzt kommen wir zum ersten Spiel. Und ich muss zugeben, dass ich es nicht fertig gespielt habe. Schande über mein Haupt und ich verstehe da auch vieles einfach nicht. Ich verstehe da einfach vieles nicht. Und zwar, es geht um Wolfenstein Young Blood. Ich bin ein Wolfenstein-Kind. Naja, mehr oder weniger. Also ich bin mit Wolfenstein irgendwie groß geworden. Ich kenne Wolfenstein 3D, Hexen und diese ganzen anderen Sachen von früher noch sowas. Und ich habe es so abgefeiert, als Wolfenstein jetzt für die Playstation 4 kam, dann die ganzen anderen Teile kamen und sie richtig gut waren. Ich sage nur, ab mit dem Kopf. So, warum bringt Bethesda einen Spin, also einen Wolfenstein-Teil, mitten im Sommer raus zu einer Jahreszeit, wo sich keiner dafür interessiert? Warum wird da PR-Technisch so wenig gemacht? Warum macht Bethesda eigentlich so viele komische Sachen in letzter Zeit? Haben die keine Lust mehr? Haben die irgendwie Druck mit den Aktien? Warum hauen sie ein Spiel nach dem anderen raus, dann so halbherzige PR-Kampagnen oder sonst irgendwas? Ich verstehe es nicht. Also irgendwie finde ich, Bethesda ist dieses Jahr wirklich sehr oft negativ aufgefallen. Und finde es unglaublich schade, wie da Wolfenstein Young Blood behandelt wurde. Weil ich glaube, dieses Spiel hat eigentlich Potenzial gehabt. Ich selber habe es dann auch nicht mehr gespielt, weil es irgendwie 30, 40 Grad draußen war. Ich werde es aber noch zu Ende spielen, aber es hat mich einfach nicht abgeholt. So wie die letzten Teile, Return to Castle Wolfenstein etc. Bla, bla, bla. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen verstehen. Ich will auch nicht so lange reden. So, Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 der Flop-Games ist für mich Ghost Recon Breakpoint. Ja, ich verstehe das nicht. Warum bringt man ein Spiel wie Ghost Recon Breakpoint raus, wenn man weiß, dass Division 2 unglaubliches Potenzial hat und nicht richtig gerade läuft? Die DLC-Pläne, die Roadmap nach hinten geschoben wird. Warum bringt man ein Spiel raus, was auch so ähnlich ist wie Division? Okay, es ist nicht wie Division, aber es ist ähnlich wie Division. Wieso muss man das machen? Wieso muss man auch das so suggerieren, dass man da so viel Individualitäten machen kann? Lagerfeuer dies, das, jenes. Und dann ist das alles nicht im Spiel drin. Okay, zugegeben ist Ghost Recon Breakpoint kein schlechtes Spiel. Und ich möchte mich hier auch gar nicht an diesem Bashing beteiligen. Haben wir auch von vornherein nicht gemacht, dass alle Leute gesagt haben, das Spiel ist einfach nur scheiße. Deswegen, deswegen. Nein, wir haben einen objektiven Test dazu gemacht. Wir haben uns den im Team angeguckt. Und das Spiel hat ja auch viele Stärken, machen wir uns nichts vor. Aber es gibt so einige Sachen, die irgendwie ein bisschen komisch sind. Und jetzt rede ich schon wieder aus dieser Teamsicht. Ich möchte aber aus meiner persönlichen Sicht reden und sage einfach, Ghost Recon Breakpoint hat mich persönlich nicht abgeholt. Bitte hasst mich nicht dafür, aber ich wurde auch schon mit Wildlands nicht warm. So muss ich auch nicht. Ich liebe Ubisoft. Ich hoffe, die kriegen irgendwie die Kurve. Und wenn ihr meine Top 1 wisst, dann... Oh Gott, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie ihr das findet. So will ich gar nicht wissen. Egal. So. Fangen wir mal an mit dem Top 3. Und fangen wir mal von unten an. Und zwar mit Nummer 3, Observation. Observation ist ein Survival... Nein, Survival nicht. Aber ein Horror-Weltraum-Spiel. Ihr seid auf einer Raumstation und müsst da entkommen und wissen, was mit der Crew passiert ist und sowas. Es ist unglaublich interessant. Es ist so ein bisschen so wie Heavy Rain, also ein Click-Adventure, ein gescriptetes Adventure teilweise. Teilweise, nicht nur. Mit einer ziemlich krassen Story unter anderem. Und genau das ist es. Es ist diese Mischung aus Horror, diese Mischung aus Beklemmtheit und das ganze Setting ist das, was mich persönlich abgeholt hat. Ich hatte auch dieses Jahr das große, 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 große... Also ich hatte dieses Jahr auch die große, große Ehre, die Entwickler kennenlernen zu dürfen. Und das war auch der Entwickler, der Alien Isolation gemacht hat. Und Alien Isolation ist ja vor ein paar Jahren mein Game of the Year gewesen, was ich ja heute noch so unglaublich abfeiere. Weil es halt so viel Horror und so viel Survival und einfach... Ich sag immer, ein Spiel mit Seele ist. Und deswegen Observation für mich Platz Nummer 3 und sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, Platz Nummer 2 ist... Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier sitze und das in den Top... Ich hätte es nicht gedacht. Es ist das beste Star Wars Spiel der letzten 10 Jahre. Was aber auch nicht schwer ist, weil es halt einfach nur Scheiße gab im Bereich Star Wars. Also, naja, Scheiße ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber... Sieht es mir nach, ich bin Star Wars Fetischist. Ich bin ein gebranntmarktes Kind, was das angeht. Und ich sag einfach nur, möge der TIE Fighter mit dir sein. So, nein, wir reden von Star Wars Jedi Fallen Order. Richtig ausgesprochen, hab auch gerade nicht abgelesen oder so, ne? Nein, Star Wars Jedi Fallen Order, ich wollte schon wieder Fallen Order Jedi sagen, ist für mich so eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel irgendwie ansatzweise was werden wird und wurde da eines absolut Besseren belehrt und habe das natürlich auch in einem Video und einer Review festgehalten. Und muss wirklich sagen, dieses Spiel ist gut. Es ist nicht das beste Star Wars Spiel aller Zeiten. Es ist nicht das schlechteste Star Wars Spiel aller Zeiten. Es ist ein sehr, sehr gutes Star Wars Spiel, was es auf jeden Fall schafft, so zwischen, ja, ich würde schon so sagen, zwischen 20 und 25 Stunden zu unterhalten. Danach ist halt viel abarbeiten. Natürlich, wenn ihr Speedrun, ich will nicht schon wieder auf die Diskussion eingehen, von wegen, wie schnell man das Spiel durch hat und so weiter und so fort. Das kommt immer drauf an, wie man spielt. Und ich bin einer der Leute, die noch sagen, ich möchte noch alles Mögliche mitnehmen. So, was mir nicht so gefallen hat, typisch deutsch so, ist halt einfach, dass bei der Order 66 geschlusst wurde und es wirklich einige Jedi's geschafft haben zu überleben. Das finde ich wirklich sehr bedenkenswert, weil every single Jedi is now an enemy of the Republic und so ist das. Lang lebe das Imperium, ne, nieder mit der Rebellion. An der Stelle, nächste Woche geht's ab in Star Wars, ähm, die letzte Skywalker, ne, Aufstieg der Skywalker. Rise of the Skywalker, save, oh mein Gott. An der Sache auf jeden Fall lieben Gruß auch an dich, Lars, und natürlich auch an Steven. So, ähm, nein, Star Wars Jedi Fallen Order hat's auf jeden Fall geschafft, bei mir Platz 2 zu sein. Platz 1, Überraschung, Surprise, Surprise, Mother Peep, ist Division 2. Ja, alle werden sich jetzt sagen, wie kann dieses Verbackte, dieses Spiel, was so viele Probleme hat, dieses Spiel, dieses Loot-Spiel, dieses kein-Content-Spiel und so weiter und so fort. Eine kurze Geschichte, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die wirklich, wirklich mich 24 Stunden, nachdem zum Beispiel Tidal Bassin einen DLC rauskam, äh, angeschrieben haben, äh, ey, da kommt kein Content, ich hab jetzt irgendwie zwölf Stunden durchgezockt, ich hab nix zu tun. Wo ich mir dann denke, Digga, warum meckerst du, du spielst, du hast kein, du hast kein Leben, du spielst diese ganzen DLCs, die ganzen Sachen innerhalb von kürzester Zeit durch und beschwerst dich, dass es kein Content gibt. Für Leute wie dich müsste Ubisoft jede Stunde neuen Content reinmachen, also bleib mal bitte ein bisschen sachlich oder sowas, ne, dass ich das grad sage. Ähm, zugegeben, ich hab mit Division 2 auch so meine Probleme, aber für mich ist Division 2 das Game of the Year, weil ich mag das Gameplay, ich mag das Setting, ich mag dieses Reihe, ich mag dieses Franchise und es hat in vielen Bereichen eine schöne Weiterentwicklung gemacht. Gut, ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig, ich nehm dieses Video jetzt hier gerade am, am 15. Dezember auf und eigentlich sollte ja noch das New York Update im Dezember kommen, es wurde jetzt aber verschoben auf Januar oder kommt im Januar, vielleicht hab ich das auch durcheinander gebracht. Es geht wieder nach New York. Ich liebe New York, deswegen mochte ich auch Division 1 so gerne wegen New York. Nein, in Division 2 kann man viel erleben, man kann viel machen, es gibt da wirklich viel zu erleben und ich glaube einfach, dieses Spiel hat eine Chance verdient, dass man das auch, dass man es auch weiterspielt. Ich hab gerade ein bisschen gerübt so und ich mag es halt einfach gerne, ich kann es einfach auch nicht beschreiben. Ich bin da auch jetzt, wie gesagt, das ist einfach meine persönliche Meinung und gut, ich finde das mit den ganzen Looten ein bisschen übertrieben. Da und da sollte man was machen, diese ganze Customize-Geschichte, also es ist, in sehr vielen Bereichen hat es jetzt wieder so ein paar negative Aspekte übernommen von Division 1 und ich gucke mir das auch gerne an, wie es sich weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz habe ich schon sehr viele schöne Stunden in Division 2 verbracht und kann auch wirklich nur sagen, das ist halt einfach mein Game of the Year. Aber, das war 2019 und es fiel mir nicht wirklich leicht, jetzt irgendwie eine Flop 3 und Top 3 zu machen, weil, wie gesagt, ich irgendwie so ein bisschen abgefrühstückt bin, so was das angeht. Ich habe mich in anderen Bereichen, so Technik und sowas ein bisschen, da gab es ein paar schöne Sachen so. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Flop 3 ist nochmal Ghost Week in Breakpoint, Wolfenstein und der Fake-China-Controller. Ist alles auch, wie gesagt, hier verlinkt in der Beschreibung, müsst ihr mal gucken. Und Top 3 ist halt Observation, Star Wars, Star Wars ist nicht eins und Platz 1 ist Division. Mich würde mal aber wirklich interessieren bei der Stelle, was ist eure Top 3 und eure Flop 3? Das würde mich mal wirklich, wirklich, wirklich interessieren. So, schreibt es mal in die Kommentare rein. An der Stelle, ja, gucken wir mal, was 2020 uns erwartet. Wird ein großartiges Jahr. Ich sage ja nur Playstation 5 und so weiter und so fort und die neue Xbox sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Aber egal, wir sind alle Gamer und wir lieben uns alle, weil, for the players. Mein Name ist Supro, besucht Playstation-Info.de und ja, bis zum nächsten Mal. Und ich werde jetzt einfach nochmal gucken, dass Division läuft und freue mich wirklich auf das New York-Update. Also bis dann, haut rein, bis dann, baby, baby. Make Playstation great again.